Hola pendejo, wir sind ein mexikanisches Cartel, nosotros en español, nosotros una cartel de México und jetzt ist Zaltag, pendejo, plata o plomo. Raus mit den Monetos. Los, oder willst du Blei fressen? Es wäre doch schade, wenn in deiner Base etwas passiert. Eine Kugel in deinen Kopf, eine Kugel in meinen Arsch. Du bist dran. Schwing das Tanzbein, tanz für uns, tanz für uns, du bist unser Gefangener. Tanze, du kannst das doch, ich glaub, du kannst tanzen. Wir sind ziemlich gefährlich, musst du wissen. Und damit herzlich willkommen zu Crafty Deck 11 Highlights. Hast du auch noch einen Hund? Ja, hallo. Ja, da ist er gerade gejoint. Sorry, er hat ein bisschen Verdauungsprobleme. Ich halte das alles nicht mehr aus, Alter. Du siehst so süß aus mit deinem Helm. Dankeschön, du auch. Ciao, ciao. Marcel, ich bin jetzt mit der Uschi hier alleine. Lass mich in Ruhe. Okay, Papa. Oh, Uschi. Oh, der Papa ist gerade zugange. Oh, Marcel, ich hab gesagt, du sollst dich gucken. Sorry, sorry, Papa, sorry. Sorry, Papa. Baby, zieh deine Hose aus. Komm, lass rein. Ich bin noch nicht dafür bereit. Wie geht das? Ist es so? Erstmal aus. Oh, okay. Ich fühl mich aus. Ah. Wie viel Spaß, wir sehen uns auf Twitter. Alter. Welche Schmerzen gibt es noch? Penis. Ah, ist korrekt. Man kann jetzt Penis sagen, Basti ist feiner mit. Das ist auch ein komplett verbotenes Wort. Alter, der hat es gesagt. Was? Der hat es gesagt. Der hat es gesagt. Der hat es gesagt. Holy shit. Ich muss euch den anderen Helm zeigen. Mal den hier. Was ist das? Ungeschminkt. Das war nicht ausgesehen. Ah, 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 ah. Digga, komm mal. Ah, ein Spaß. Ich hab mir gedacht. Du musst die Rüstung hier lassen. Kann ich hier Watermelage? Watermelage kann ich trotzdem. Heißt auch so, oder? Was ist Watermelage? Okay, das heißt nicht so. Meine Community hat da voll mitgespielt. Die sagen mir die ganze Zeit, dass das so heißt. Ich zeig's dir. Was ist das da meine ich? Watermelage halt. Melage, MLG, WTF. Melage, MLG heißt das. Was für Melage. Mal hier, mein Chat hat gesagt, ich soll das Lama, die Lama nennen. Ich weiß nicht, ob's. Die Lama. Die Lama, wie cool. Die Lama ist hier. Jetzt sind die Lara und die Lama in einem Page. Perfekt, direkt ein Spielshot machen hier. Eißen Golem. Eißen Golem. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Ich hab denen doch gar nichts getan. Hab ich den berührt? Eißen Golem. Eißen Golem. Eißen Golem. Du undankbares... Oh nein. Oh sorry man. Sorry. 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 Oh mein Gott. Lass mich in Ruhe. Ah. Ich hab keinen Bock mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Ja. Wir springen mal hier runter. Ich glaub da unten sollte noch mehr sein. Ich glaub hier ist irgendwo Wasser. Da ist überall Wasser. What the fuck. Oh mein Gott. Du bist hier runter. Also du springst so seitlich runter und dann so landest du nochmal. So ungefähr. Ich muss echt Scheiße immer klären. Also ja. Ich bekomm teilweise Kommentare unter Challenge-Videos. Geiles Video, bis ich stehen gehört hab. Digga, voll. Das ist überall momentan. Es ist richtig krass. Krass, dass das jetzt erst rausgekommen ist, was du für ein Scheiß-Typ bist. Nein. Ey, könnt ihr eure Sexspielchen nicht hier machen in meiner Base? Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jo, Fabian, hier drüben. Hey, hier drüben oder was? Jo, was geht ab, Keule? Jo, Steuerbord, Backbord. Genau. Was ist denn der hier? Was guckt denn der so doof? Weiß ich nicht. Der soll sich mal verpissen. Ja, real talk, man. Der hat der geile Arsch, Bro. Alter, der hat so geschränkt. Der Junge, Alter. Alles war bouncy, Digga. Holy shit. Der hat mich verzaubert. Oh mein Gott, ja. Digga, dieser Arsch. Meint ihr Brust jetzt so einen richtig knackigen Männer-Arsch? Also, no joke, die Wahrscheinlichkeit, dass, sag ich mal, ich jetzt zumindest schon mal durch einen Glory-Haul Brust das Pock gesehen habe, ist gar nicht so klein. Bro. Ja, kann ja sein. Was? Jo, Chef. Hey, was geht ab? Ich begehe jetzt Selbstmode-In-Game. Bro, wie schnell. Digga. Bro, er kommt ja auch nochmal wieder. Digga, es wird immer noch nicht da, einfach. Immer nur geradeaus? Wie letztlich er vorbeigeflogen ist, Digga. Halt mal kurz die Leiter an. Ich muss kurz gucken, wo die... Halt mal kurz an. Wie, was soll ich anhalten? Den Block. Halt den Block fest. Welchen Block? Das Falle. Ich halte den Block fest. Hier unten stehe ich da runter und halt fest. Ich muss kurz gucken, wo die scheiße... Bro. Alter, was geht jetzt ab? Ich bin weggegangen. Oh! So machen keine Frösche. Habt ihr das gerade gehört? Ja, natürlich. Ich mach einmal ganz kurz Hugo nach, Leute. So spielt doch keiner Minecraft, oder? Was ist denn der Inhalt da? Kaputt. So laut. Das ist krass. Was soll ich machen mit Hugo? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Hier wohnen Rentner. Weißt du, was das Problem ist? Das sind die liebsten Rentner überhaupt. Die sind so lieb, die Nachbarn. Die würden sich niemals beschweren, weil wir zu laut sind. Die würden dann einfach nur den ganzen Tag Hugo zuhören. Sieben Tage lang und einfach nur leiden. Bro! Alles ist weg! Alles! Meeeeeees! Meeeeeeesie! Ich geb's dir! Ich geb's dir! Ich glaube, ich hab meine Sterne. Digga, wie der Vater. Ja, ich dachte gerade wirklich Vater. Ich muss mich entschuldigen, dass ich während des Interviews einen Boner hatte. Leute, Hugo hat sich entschuldigt, dass er während des Interviews mit mir und Schiff Strobeln Harten hatte. Ja, Entschuldigung angenommen. Alles gut. G-Time! Das ist G-Time. Jo! Was ist das? Wie macht jemand mein Licht an und aus? Hugo, bist du da? Nein! Hugo? Aber das klingt doch nach einem Hugo-Sache, ne? Das stimmt. Ist das geil? Ja, okay. Das ist Hugo dann. Pablo, ich schlag dir so in die Fresse ein. Du darfst echt nicht so früh jetzt singen. Das wird mich mit der Zeit immer entwickeln. Hä? Was ist denn jetzt, Bro? Er macht noch mal meine Base. Er baut noch weiter. Was macht er? Er chillt ein bisschen. Er geht immer auf Fullenchan. Bro, da mach ich ja gerade mehr als er. Da hab ich ja mehr Action als er. Bro, er ist so am Chillen. Er macht gleich noch Hausaufgaben. To roll the dice. Gib mir Klapp. Feel the feel in my enemies eyes. Jetzt Mosch mit aufmachen, Mosch mit aufmachen. Mach den Kreis auf, mach den Kreis auf. Mach den Kreis auf. Mach den Kreis auf. Sip in the dragon, sip in the potion. Shine in my stock now, shine in glow. Let's run my back now, fly in the float. This is the Let's Hugo production. Huch! Oh. Ich liebe Mika Schokolade, aber hab nicht mal eine Tafel. Oh. Eine Tafel, Tafel. No. Ey. Habe ein Mausbild von Trimac. Trimac, 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 Trimac. Esse aber gerne Big Mac. Am, nam, 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 nam. Esse gerne Big Mac, aber hab nicht mal einen Chef. Oh. Chef, Chef, Chef. Chef. Co-boil. Bro, what the fuck, hal Rum! Ich plan für Sie. W우�uku, Ich zeige euch einer, wo ihr denn bist. Danke, lieber Todum, dass du mich bewahrt hast, Halleger! Ich war vielleicht fast... Oh mein Gott. Karma, wirklich viel. Ist dir geil, was ist jetzt hier runtergefallen? Ist das... Alter, oh mein Gott. Hört sich auf der Autofahrt einen runterzuholen, während man fährt. Bro, ich hab so oft schon drüber nachgedacht, man. Holy shit. Yo. Auf so langen Fahrten... Au. Okay, was geht ab? Ähm, Leute, ähm, 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 ähm. Trubix haben wir noch Nutella-Kekse, ähm. Big Baba-Bubu. Oh, jetzt geht's erst mal weiter mit dem Stream. Leute, ich seh gerade, es haben noch 13 Leute in den Twitch-Prime-Sub-Karte frei. Vielleicht mal reindrücken. Big Baba-Bubu-Buuu. Der Timer funktioniert wieder nicht. Oh, oh. Leute, die nächste 10er-Sub-Bombe kann vielleicht mal einen Coin-Flip gewinnen. Genau, wo ist Moritz? Bro, wer ist jetzt im W-Di-Du bist es, oder? Bin ich Moritz. Moritz, Moritz. Ich bin der Moritz, Alter. Geh mal schief vor, Alter. Oh, Brez-Ski, mir reit mal Hütten um. Oh, Leute, mein Name ist Herr Moritz, heute ein weiterer Daily. Die Hütte fliegt halt in die Luft so viel. Boah, dicke Alpum-Pum-Pum. Oh, oh. Oh, diese Lubs. Oh, diese Lubs. Oh, das ist ja. 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 Aber, Alter. Alter, Alter, Alter. Alter, Alter, Alter. Alter, Alter, Alter. Alter, Alter, Alter. Alter, Alter. Hier, hier, hier. Steig ein, steig ein, steig ein. Ah, Alter, was ist das? Warum ertrinken wir? Was ist das? Bro, ich ertrinke. Werde? Ja, ich ertrinke. Wo? Komm rein, komm rein. Mach deine Maus nach oben, schnell. Mach deine, ja so. Nein, lass oben. Ich ertrinke, ich ertrinke. Alter, was ist jetzt los? Ich bin noch weiter unten. Ich kann nicht mehr. Steig aus, steig aus. Mann, bist du hingefallen? Steig aus, du stirbst. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Ansonsten haut rein, Freunde.